Die griechische Mythologie war und ist ein integraler Bestandteil des griechischen Lebens. Sie beschreibt die Abenteuer der Götter, Helden und Könige sowie den Ursprung und die Bedeutung vieler griechischer Traditionen. Einer der bekanntesten Mythen aus der griechischen Mythologie ist die Geschichte des Atlas, dem titanischen Halbgott, der als Symbol für Kraft und Willenskraft steht. Der Atlas-Mythos beginnt in den verschiedenen Versionen des homerischen Epos, Elias. In diesem Buch wird berichtet, dass Atlas an der Seite von seinem Bruder Menuitios im Kampf gegen die Götter unter Seuss stand. Nachdem sie verloren hatten, wurde er auf einen Berg in den westlichen Gebieten Afrikas verbannt und war fortan dazu verdammt, das Himmelsgewölbe zu tragen, um so die Welt oben zu halten. Der Atlas ist eine mythische Figur in der griechischen Mythologie. Er ist ein mächtiger Titan und der Vater zahlreicher Nachkommen, darunter die Atlantiden, ein Volk, das angeblich auf einer Insel im Atlantischen Ozean lebte. Der Atlas war auch der erste der Giganten, der sich gegen Seuss erhob, als Seuss versuchte, das olympische Pantheon in den Olympus zu etablieren. Es heißt auch, dass Atlas die Welt auf seinen Schultern trug, um sie vor einem riesigen Deluge zu schützen. Dies ist eine beliebte Metapher für die Last der Verantwortung, die auf den Schultern des Einzelnen lastet. Atlas ist auch ein großer Held in der griechischen Mythologie. Er nahm an vielen Abenteuern teil und erkundete viele verschiedene Länder, um neue und faszinierende Länder zu entdecken. Er war auch ein weiser Ratgeber und half vielen Helden, deren Abenteuer zu erfolgreichem Abschluss zu bringen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!